Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Runaway Tee Challenge. Und wir sind wieder hier mit unserer Amaya, die gerade zu Besuch bei Jeremy ist, der keine unterschiedlichere Stimmung haben könnte als wir. Wir sind diesmal ohne Celeste bei ihm, weil scheinbar möchte er mal mit uns hier sich ein bisschen unterhalten. Ich meine, die beiden streiten ja auch viel. Vielleicht ist das ja ein Problem und vielleicht denkt er sich so, hm, vielleicht sollten wir nicht die ganze Zeit vor unserer Tochter streiten. Wir waren gestern ja auf dem Talentwettbewerb. Wir wissen jetzt nicht so genau, ob das hier gut ist oder nicht. Nee, lass mal Luna in Ruhe, ehrlich. Wie wär's, wenn wir mal eben blaue Milch, oh, wenn wir uns mal kurz ein bisschen Apfelmus gönnen. Nun ja, das war wirklich unangebracht. Das brusthafte Verhalten von Jeremy gegenüber Amaya hat einen üblen Nachgeschmack bei Amaya hinterlassen und dazu geführt, dass sie sich wünscht, alle Sims wären einfach nett zueinander, anstatt was auch immer das war. Ist es möglich, dass Amaya durch diese unhöfliche Interaktion klar geworden ist, dass sie bösartige Taten nicht mag? Ich finde das schon gut, aber ich weiß, dass sie dann noch mehr Problems miteinander haben werden. Ich meine, uns muss doch einfach mal bewusst sein, Jeremy ist ein böser Sim. Aber wir sagen auf jeden Fall ja, weil ich meine, es wird schon Sinn ergeben, wieso sie sich schlecht fühlt, wenn er sowas tut, ne? Oh, jetzt haben die schon wieder persönlicher Bruch. Autsch. Uff, 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 geht das weit runter? Jetzt streitet sie zurück. Was ist denn das? Nee, hört auf. Können wir uns entschuldigen? Dann würde ich bitte einfach hier normal uns unterhalten. Was, wenn sie jetzt wieder einfach romantic ist nebenbei? Weil das ist ja immer so eine Sache, das funktioniert ja komischerweise immer, ne? Ja, guck mal, jetzt kommt er schon wieder auf uns zu. Also, auf freundschaftlicher Ebene sind die nicht so. Also, Kommunikation ist bei denen nicht so. Aber sexuelle Anziehung ist da definitiv vorhanden. Also, ne, nicht without protection. Mit protection. Hier, ich hab Kondoms. Aber guck mal, er will direkt mit uns wieder, ne? Wenn ihr ein Kondom benutzt, dürft ihr gerne, ne? Ich meine ja nur. Aber benutzt ein Kondom. Also, ich meine, in dem Fall bin ich auch froh, dass Celeste vielleicht nicht dabei ist. Haha, benutzt bitte ein Kondom. Level 3 der Denkfähigkeit. Woo! No protection was used. Ich kack mir ein. Du gehst jetzt sofort hier aufs Klo. Machst einen Schwangerschaftstest. Ich raste aus, ne? Oh mein Gott, sie ist nicht schwanger. Ich glaube, die werden dich zulassen, dass du hier baden gehst, ne? Aber er denkt sich vielleicht einfach so, ja, das Risiko gehe ich ein, bla bla. Er hat einfach nichts daraus gelernt. Weil ich meine, sie hat die Kondome dabei, ne? Und er denkt sich vielleicht so, naja, brauche ich nicht. Aber was daraus geworden ist, haben wir beim letzten Mal schon gesehen. Es ist einfach schwierig. Es ist immer eine unbehagliche Begegnung bei denen, ne? Ey, das macht mir richtig fertig. Und zwischendurch flirten die wieder und da ist dann wieder alles okay. Ich verstehe es nicht. Was ist denn mit denen? Ey, guck mal, jetzt ist er wieder böse. Ich kann das doch alles nicht mehr. Ne, wir nehmen Jeremy jetzt nicht mit. Na, kleine Maus, wie geht's? Alles tut die. Außer, dass das hier kaputt ist. Sag mal, was wird denn das hier immer mit dir? Wir haben schon wieder kein Video übrig. Ach ja. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Deswegen soll sie gleich einfach mal ein bisschen boxen gehen. Ich meine, das soll ja gegen Wut auch ein bisschen helfen, hm? Ich meine, sie ist jetzt hier gerade nicht wütend oder so. Aber ich meine, sie merkt ja auch, dass da irgendwie was nicht ganz passt, ne? Aber sie möchte ja trotzdem, dass diese Beziehung irgendwie funktioniert, auch wenn sie total toxic ist. Aber sie hat halt auch keinen anderen und sie möchte ja auch ihrer Tochter nicht ihren Daddy wegnehmen, sag ich mal. Weil sie hat nicht so viele Leute, auf die sie sich verlassen kann. Ja, sie hat Sophia und Luna, aber trotzdem möchte sie ja irgendwie versuchen, eine Happy Family zu sein. Sie möchte ihrer Tochter halt alles bieten, was irgendwie geht, ne? Und du guckst Mama jetzt zu. Jetzt ist sie sauer auf ihre Mom schon wieder. Ja, es ist einfach schön. Jetzt ist sie traurig. Ach, weil es regnet. Guck mal, dann trösten wir sie einfach mal. Ach, ihr seid süß. Und dann wird hier gekocht. Nein, wir haben noch Essen. Dann nicht. Wir müssen ja nicht jedes Mal kochen. Am Ende brennt es wieder. Aber guck mal, sie fühlt sich jetzt gut, weil sie hat trainiert. Das ist super. Das ist vielleicht auch einfach ihr Ausgleich. Das Leben ist schwierig, aber sie kann Leute boxen. Also den Sandsack in dem Fall. Aber indirekt. Dann kann sie ja vielleicht ihrer Tochter helfen. Geht das nicht? Nein. Sophia, girl. Hallo. Dann kümmere dich natürlich um sie, wenn sie hier schon vorbei ist. Sie möchte uns was geben. Sophia, ne? Auf die kann man sich auch verlassen. Einfach süß. Ein klassisches Vanilletörtchen. Oh. Süß. Das ist so süß. Let's talk. Der wird reine Komediefähigkeit. Ich glaube auch. So, wenn du hier fertig bist, gibt es Geschichtenzeit. So, dann wird die kleine Maus jetzt erstmal ins Bett gebracht. Hallo. Okay, es hat nicht geklappt mit dem Lesen. Aber es ist okay. So, dann starten wir eine Aufnahme und dann können wir uns hier vielleicht ein bisschen mit Sophia unterhalten. Okay, Sophia ist weg. Schade. Dann nicht. Dann kannst du hier einfach Lieder singen an der Gitarre und das aufnehmen. Weil wir brauchen die Aufnahme. Und außerdem ist sie jetzt bald Level 10, glaube ich, ne? Mhm. I'm so proud of you. Lebensstil verloren. Ja, obviously. Okay, dann, wenn sie hier fertig ist, kann sie die Aufnahme auch einfach beenden. Guck mal, wir können jetzt auch so lustig sein und sagen, ich wollte gerade eigentlich Duolive Levitating schreiben oder sowas und dann Acoustic Cover. Was, wenn wir das einfach lustig umschreiben? Guck mal. Guck mal. Guck mal. Schön. Hashtag Cover. Hashtag zwei Lippen. Das ist toll. Schön ist das. So, dann kann sie das auf jeden Fall schon mal übertragen. So, dann kann sie noch auf Kommentare antworten. Und dann geht sie schlafen. Sie hat jetzt 14.000 Follower. Alter, finde ich nicht schlecht. Guten Morgen, liebe Sorgen. Sie müsste jetzt sofort das Level abkriegen, wenn sie dann in der Dusche sinkt. Oh je. Ich finde es so cool einfach, dass sie halt ihre Hobbys so ein bisschen miteinander verbinden kann. Und dass eben auch, ja, also dass sie daraus halt dann auch Geld machen kann. Level 10. Amaya singt nun wie ein Profi. Ich bin so stolz. Hallo, kleine Maus. Mama kocht gleich was zu essen. Ja, ich weiß. Ich bin noch dabei. Sie nebenbei so am Dancen, aber ich fühle es auch ein bisschen. Sehr schön. Man kann die beiden zusammen frühstücken. 1185. Das ist so crazy. Und Post. Oh nein, rechne, oder? 715. Uff. Bleibt leider nicht aus. Dann wird unser Garten wieder uns ein bisschen helfen im Leben. Danach wird aufgeräumt. Aber erstmal wird Luna reingelassen. Hallo. Was geht, Girl? Oh. Sie möchte Luna beißen. Entschuldigung. Was ist denn hier los? Hat sie sie einfach gebissen? Wie gemein ist das denn? Naja, nee. Können wir sie vielleicht mal kurz streng? Nee, anschreien finde ich gemein. Anordnen nicht, gemein zu sein. Guck mal. Das ist doch was. Also in dem Fall, wenn mein Kind jemanden beißen würde, würde ich glaube ich auch sagen, ah, was heilt das hier? Kannst du jetzt mal aufräumen eigentlich? Luna, Girl. Es ist einfach nett, wenn andere Leute hier auch das heile machen. Zumindest fast. Ich denke schon, dass sie sich mit ihren Freundinnen hier so ein bisschen darüber austauscht. Über ihre Beziehung so. Es hat aber auch die Sache, was werden ihre Freunde denn ihr raten? Letztendlich ist es ja Amayas Entscheidung, ne? Aber, ich meine, Jeremy sagt ja auch nicht explizit, ich möchte diese Beziehung nicht mehr, ne? Deswegen ist das so kompliziert. Die beiden bleiben einfach in dieser Beziehung. Aber ich glaube, beide sehen trotzdem auch das Problem. Und warum hat sie jetzt schon wieder einen Crush auf uns? Vielleicht sagt Luna jetzt so, ja, ich kann ja auf Celeste aufpassen. Währenddessen kannst du ja mal ein bisschen ins Fitnessstudio gehen. Weil das ist ja ihr Ding. Dann kann sie auch mal ein bisschen abschalten. Und sich nur um sich kümmern. Let's go. Jawoll! Woo! Supriya Delgado ist unsere Fitnesstrainerin. Weiß ich jetzt nicht. Ich würde Amaya dann aber auch nochmal ein bisschen hier ans Laufband. Aufs Laufband schicken. Hallo? Anscheinend ist das schon belegt. Dann soll sie nach oben gehen. Ist eh eine bessere Aussicht. Mal hier so aufs Meer. Schon geil. Schau mal, wie happy sie ist, ne? Ey, Sport ist wirklich ihr Ausgleich, ne? Und es ist einfach schön. So soll es ja auch sein. Und es ist gut, dass sie jetzt mal ein paar Stunden für sich hatte. Sie muss zwar jetzt gleich arbeiten, aber... Sie geht ja dann auch zur Arbeit. Also so ist ja nicht, ne? Die Frage ist ja auch, ob man die Arbeit jetzt belässt oder nicht. Ich meine, es ist natürlich irgendwie eine Sicherheit, ne? Diese Selbstständigkeit. Wer weiß, wie lange das noch gut geht. Und ich meine, es ist Sims so, das funktioniert und hier und da. Aber jetzt so an Amaya-Stelle würde ich mir auch Sorgen machen. Und so wäre ja zumindest dieser Grundbedarf gedeckt. Level 5 der Fitnessfähigkeit. Let's go. Auf geht's. Ab nach Hause. Muss sie nicht arbeiten? Warum geht sie nicht arbeiten? Hä? Warum ist sie jetzt nicht arbeiten gegangen? Dann spiel mal kurz mit deiner Tochter. Dann kannst du das reparieren. Dann gibt's was zu essen. Aber diese Interaktion ist immer so schön. Ich werde sie nie nicht süß finden. Und warum sind hier immer random Leute an unserer Tür? Ich find's halt wirklich nicht okay. Nee, wir gehen nicht in ne Gruppe. Also jetzt, Mami würde in die Idole auch nicht so gut mehr reinpassen. Am Anfang haben wir ja das noch gewollt. Aber an dem Punkt, wir müssen ja jetzt nicht komplett direkt upgraden. Aber ich würde dann schon so den hier kaufen, oder? Können wir das vielleicht jetzt gleich schon machen? Das hat sie sich jetzt ja auch mal verdient, ne? Ich meine, sie arbeitet hart. Das behalte ich. Das behalte ich. Das behalte ich. Und der Rest kommt alles weg. Die find ich schön. Vielleicht können wir den Kühlschrank auch noch mehr upgraden. Komm, man gönnt sich ja wirklich nix sonst. Hier, das ist der, der glaube ich sogar dazu gehört. Und wir gönnen uns jetzt auch einen Feuermelder. Mülleimer. Und vielleicht können wir ja hier einen kleinen Tisch hinstellen. Wenigstens mit zwei Stühlen. Das find ich cool. Süß. Ein bisschen Kladderadatschi hinstellen. Die ganzen Vorhänge passen natürlich wieder hier nicht vernünftig drüber. Dann lass ich's. Nö, das gefällt mir schon viel besser. Süß. Vielleicht kann man hier noch so eine coole Lampe drüber hängen. Ich find das hier, glaub ich, ganz cool. Weil das sieht dann auch so DIY aus. Weil das ja so Marmeladengläser sein sollen. Ich find's schön. So, kleine Maus. Bist du schon müde? Ja. Dann mal in den Schlaf lesen. Danach kann sie sich um das Video kümmern. Zumindest ein bisschen. So, Effekte kannst du noch hinzufügen. Das wird hier irgendwie alles nicht. Das Video wird immer schlechter. Ah, aber es soll doch ein cooles Cover werden. Also beziehungsweise die Aufnahme ist ein cooles Cover, ja. Immerhin ist es noch mittelmäßig geworden. Dann lad's nochmal schnell hoch. Und dann geh schlafen. Good morning in the morning. Geh erstmal auf Toilette. Danach kannst du dir einen leckeren Grillkäse nehmen. Level 3 der Zäpfchenfähigkeit. Ew, warum ist alles hier doch gemein? Wie krieg ich die Gute jetzt ein bisschen glücklicher? Level 6 der Erzieherfähigkeit. Was ist denn mit ihr? Das ist doch crazy. Why? Jeden Tag macht sie das Puppenhaus kaputt. Sie fühlt sich gut. Ja, los, renn. Alle jäten. Ich will nicht, dass meine Pflanzen kaputt gehen. Sie ist verantwortlich geworden, süß. Und mal wieder kümmern wir uns hier darum, dieses Haus erneut aufzubauen. Heute sind wir eine gute Mutti und bringen unserem Kind irgendwas bei. Wie wär's mit Zahlen? Nee, wollt ihr nicht, oder was? Zahlen. Yay! Jetzt kriegt die kleine Maus noch ein Bart. Das neue Outfit steht ihr aber richtig gut. I like it a lot. Sie braucht noch ein zweites Fitnessgerät für ihr Bestreben. Wieso zählt das als Fitnessding sie? Zählt das fürs Bestreben? Das wäre ein bisschen lustig. Ich meine, wir haben jetzt nicht den Platz dafür. Das ist trotzdem lustig. So einen Basketballkorb kann ich mir noch am ehesten vorstellen. Aber dann würde ich den Garten vielleicht ein bisschen größer ziehen. Aber ich glaube, dann könnte man auch mal ein Tor dahin machen. Können wir ja abschließen. Dann baue ich das hier auch mal ein bisschen um. Vielleicht baue ich da hinten nochmal so einen zweiten Baum hin. Ähm, Bertha? She's back! Hello? Oh mein Gott! Als ob das jetzt nicht als Fitnessgerät zählt. Ich lasse es zählen. Sie ist einfach... Hallo? She's back! Ich weiß nicht, wieso. Ist wahrscheinlich ein Bug. Aber es ist mir egal. Mann, kannst du mich mal bitte nicht nerven? Ich bin schockiert. Wir haben unsere Bertha zurück. Dinge passieren. Gameplay-wise haben wir heute irgendwie gefühlt nichts geschafft. Aber wir haben eine neue Küche. Und ein bisschen umgebaut. Richtig sehr, sehr cool. Könnt mir gerne sagen, was ihr darüber denkt. Was so Dinge sind, die wir auf jeden Fall doch irgendwie besorgen sollten. Also es ist ein happy natürlich, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und... Tschüss! Tschüss! Tschüss!